Im Rahmen der Raumfahrtmission Mars 2020 ist der Perseverance Rover am 18. Februar 2021 auf dem roten Planeten gelandet, nachdem der Start am 30. Juli 2020 medienwirksam von Cape Canaveral stattfand. Nun sind die ersten Geräusche von der Oberfläche auf der Erde angekommen, zusammen mit beeindruckenden Bildern. Wenn dir unsere Videos gefallen, unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben, abonniere Simply Space und sei gespannt auf die Videos, die in Zukunft auf dich warten werden. Ablauf und Ziele der Mars-Mission Die Mars-Mission des Perseverance Rovers ist Teil einer Expedition der NASA, die den Weltraum und insbesondere den Planeten Mars erforschen will. Ein Kernziel ist es, das Gestein des Planeten zu untersuchen und so wichtige Erkenntnisse über die geologische Beschaffenheit zu gewinnen. Dadurch könnte eventuelles Leben auf dem roten Planeten entdeckt oder vergangenes Leben näher erforscht werden. Außerdem dient die Mission der Vorbereitung einer bemannten Mars-Mission, die voraussichtlich nach 2030 stattfinden soll. Die Mission Mars 2020 wurde am 4. Dezember 2012 ins Leben gerufen. Im weiteren Verlauf wurden sorgfältig wissenschaftliche Instrumente ausgesucht und in den Rover eingebaut, die zur Erforschung der Mars-Oberfläche dienen. Daraufhin wurde als Landeplatz ein ungefähr 3,5 Milliarden Jahre altes Flussdelta gewählt, wobei sonst auch eine Hochebene mit hydrothermalen Quellen oder ein mittlerweile ausgetrockneter, früher 250 Meter tiefer See in Betracht gezogen wurden. Ein weiteres Ziel ist, eventuelles Leben auf der Mars-Oberfläche zu finden. Deswegen muss darauf geachtet werden, dass der Rover möglichst mikrobenfrei auf dem Planeten ankommt. Sonst könnte eventuell Leben gefunden werden, die der Mars-Rover selbst eingeschleppt hat. Eine weitere Herausforderung war es, eine geeignete Trägerrakete für die Raumsonde zu wählen. Die Wahl ist schließlich auf die Atlas V-541-Rakete gefallen, die mit ihren vier Feststoffboostern und der Centaur-Oberstufe für eine gute Beschleunigung sorgt. Der Rover ist schließlich am 30. Juli 2020 von der 41. Startrampe des Raumfahrtbahnhofs Cape Canaveral in Florida abgehoben und am 18. Februar 2021 auf dem Roten Planeten angetroffen. Antreffen des Rovers auf dem Mars Die Landung auf dem Mars fand am 18. Februar 2021 vollautomatisch statt, da die lange Übertragungszeit eines Funksignals, nämlich elf Minuten, eine eventuelle Fernsteuerung verhindert. Die Stufe, die für die Landung zuständig war, ist in der Lage, Hindernisse zu erkennen und sogar bei eventuellen Unstimmigkeiten den Landeplatz, um bis zu 300 Meter in alle Richtungen zu verschieben. Für eine stabile Landung ist die Sonde am Planeten mit Leinenzündkörpern angedockt, die sie an die Oberfläche gepresst haben und verhindert haben, dass die Sonde umkippt. Das wäre nach einer Reise von gut sechs Monaten mehr als ärgerlich. Die Sonde ist in einem Krater mit wenig störendem Geröll oder großen Steinen gelandet. Im Laufe seiner Einsatzzeit wird er ein im Umfeld befindliches Flussbett erforschen, wodurch er viele Erkenntnisse über mögliches Leben gewinnen könnte. Die Raumsonde Mars Reconnaissance Orbiter diente während der Landung als Relaisstation, da sie über das Deep Space Network mit der Erde verbunden ist. Seitdem übernimmt der ExoMars Trace Gas Orbiter diese Rolle. Die ersten Tonaufnahmen, auf die später noch einmal näher eingegangen wird, wurden dann am 22. Februar 2021 veröffentlicht. Instrumente des Rovers Der Mars Rover besitzt sechs Räder und wird mithilfe eines Elektromotors angetrieben. Folglich hat er genug Platz für viele Forschungsinstrumente, die die Umgebung und Materialien im Umfeld der Maschine analysieren und die Daten an die Erde schicken. Für die Bild- und Tonaufnahmen von der Mars Oberfläche sind 23 verbaute Kameras und zwei Mikrofone zuständig. Weiterhin sind folgende Instrumente an Bord. Die Mastcam-Z, eine hochauflösende Kamera, die Bilder mit weitem Winkel aufnehmen kann und außerdem ein Zoom-Objektiv besitzt. Die Supercam besteht aus vier Spektrometern, die Gesteine und Böden analysieren können. Außerdem können mit diesem Messgerät biologische Signaturen im Gestein identifiziert werden und so mögliche Mikroben auf dem Mars entdeckt werden. Wie schon erwähnt, ist es dabei wichtig, dass nicht schon durch den Rover selbst Mikroben auf den Mars eingeschleppt werden. Sonst könnten die eigenen Mikroben von der Erde als Mars-Lebewesen diagnostiziert werden und das würde einen riesigen, medienwirksamen Fehlalarm auslösen. Dieses Instrument wurde von dem National Laboratory in Los Almos, Mexiko entwickelt, auch unter Mithilfe der französischen Raumfahrtagentur und verschiedenen Universitäten. Das Pixel ist ein Röntgenstrahlen-Fluoreszenz-Spektroskop mit einer hochauflösenden Kamera, das die Zusammensetzung der Mars-Oberfläche bestimmen soll. Es kann verschiedene Elemente identifizieren. So könnte im Nachhinein das Gestein des roten Planeten mit dem auf der Erde vorkommenden Gestein verglichen werden und auf diese Weise eventuelle gemeinsame Ursprünge herausgefunden werden. Es wurde von der NASA selbst entwickelt. Das Sherlock ist ein Spektrometer, das die genaue Mineralogie und organische Verbindungen erkennt, hat also einen ähnlichen Zweck wie das Pixel. Die Geologie dieses Planeten steht deshalb so stark im Fokus, weil man Erkenntnisse über die Geschichte gewinnen will, denn möglicherweise gibt es jetzt auf dem Mars kein Leben mehr, aber in der Vergangenheit kam flüssiges Wasser vor. Es besteht also eine erhebliche Chance, dass einmal Leben vorkam. Das MOXIE untersucht die Atmosphäre genauer. Es kann das bereits vorhandene Kohlendioxid in Sauerstoff umwandeln, welchen es wieder an die Atmosphäre abgibt. Das MEDA untersucht ebenfalls die Atmosphäre. Allerdings werden nicht die Gase, sondern Staubteilchen in ihre geologischen Bestandteile zerlegt. Zudem erfasst es auch Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Luftdruck, relative Luftfeuchtigkeit, Lufttemperatur, Bodentemperatur, bestimmte Bandbreiten von ultravioletter Strahlung, sichtbare Strahlung und Infrarotstrahlung und ist somit eines der wichtigsten Instrumente. An Bord sind außerdem viele weitere Sensoren, wie ein Sensor für Strahlung und Staub, ein Feuchtigkeitssensor, ein Infrarotsensor und mehrere Sensoren für Lufttemperatur und Windgeschwindigkeit und Richtung. An Bord der Rakete ist ebenfalls eine Helikopterdrohne, die erste Drohne, die je für einen solchen Zweck eingesetzt wurde. Der sogenannte Mars-Helikopter wird mit Solarzellen betrieben. Auf der Erde wiegt er 1,8 Kilogramm, auf dem Mars aufgrund der geringen Anziehungskraft nur 680 Gramm. Die Rotorblätter sind 1,2 Meter lang und drehen sich mit ca. 3000 Umdrehungen pro Minute. So viel braucht es, um in der dünnen Atmosphäre überhaupt abheben zu können. Die Drohne trägt keine Kameras und dient nur als Testobjekt für zukünftige Expeditionen. Als Vormission gab es vorher schon die Mars Science Laboratory. Wie bereits erwähnt, dient diese Mission auch der Vorbereitung einer bemannten Mars-Mission. Angesichts der Tatsache, dass die Reisezeit mit einer Rakete, wie sie heutzutage gebaut wird, ungefähr 9 Monate betragen würde, dauert es wahrscheinlich noch mindestens 10 Jahre, bis die erste Rakete zum Mars startet. Allerdings werden im Rahmen des Programms Mars 2020 noch weitere unbemannte Missionen folgen, bevor jemals eine Person den Roten Planeten betreten wird. Darüber hinaus wird überlegt, die eingesammelten Steine mit einer zweiten Mission zur Erde zu befördern. Das ist so auch ähnlich bei der Mondlandung passiert. Es würden mehrere etwa 15 Gramm schwere Proben entnommen und einzeln in die 43 an Bord befindlichen Behälter gepackt. Auf der Erde können Steine und sonstige Materialien viel genauer untersucht werden. Das hängt damit zusammen, dass die großen und schweren Forschungsgeräte oft keinen Platz in einer Rakete finden, da sie zu sperrig sind und viel zu viel Treibstoff für den Transport nötig wäre. Die Maschinen, die das Material wirklich präzise analysieren können, befinden sich auf der Erde. Eine sogenannte Rückmission würde also durchaus Sinn machen. Am 22. Februar 2021 sind auf der Erde die ersten Bild- und Tonaufnahmen der Marsoberfläche eingetroffen. Sie entstanden im Yesero-Krater, dort wo auch der Rover gelandet ist. Sie zeigen eine graue, steinige und etwas hügelige Landschaft. Außerdem ist ein leichter Wind zu hören. Daraufhin gingen bei der US-Raumfahrtorganisation NASA viele Glückwünsche ein, unter anderem auch vom amtierenden US-Präsident Joe Biden, der die Landung als historisch beschrieb und die amerikanische Genialität hervorhob. Eines steht fest, die Bilder sind einzigartig und verdienen die positive Resonanz allemal. Erkenntnisse für die Wissenschaft Fest steht, dass die Wissenschaft durch die Expedition viele bahnbrechende Erkenntnisse gesammelt hat. Erst einmal stehen natürlich die Erkenntnisse über den Mars im Vordergrund. Man wird viel über seine Geschichte, seine geologische Zusammensetzung, seine Atmosphäre und mögliches Leben erfahren. Letzteres ist dabei besonders zentral, damit den neuen Fakten auch viel über die Entstehung des Lebens auf der Erde geschlossen werden kann. Außerdem ist auch die Raumfahrt durch die Mars-Expedition ein gutes Stück weitergekommen. Der Rover muss sich erst einmal bewähren, doch falls Fehler auftreten, können die gewonnenen Erfahrungen in zukünftigen Konstruktionen berücksichtigt werden. Unserer Meinung nach ist die Mars-Expedition ein riesiger Schritt bei der Erforschung dieses Planeten. Sie ist zwar aufwendig und kostspielig, der Mars könnte aber in Zukunft der Planet sein, auf dem einige Menschen wohnen werden. Und in Anbetracht dessen, dass wir die Ressourcen unserer Erde zunehmend ausbeuten und die Existenz anderer Arten und eines angenehmen Klimas aufs Spiel setzen, ist die Strategie der Besiedlung des Mars ein Teil der Lösung. Darüber hinaus sieht das Video einfach bahnbrechend aus. Was denkst du über das Thema? Hältst du eine Erforschung des Mars für sinnvoll? Und was würdest du machen, wenn du die Möglichkeit hättest, als erster Mensch den Mars betreten zu dürfen? Lass es uns gerne unten in den Comments wissen. Wir sind gespannt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.